Wie sollen die Menschen miteinander leben, wenn sie sich nicht offen die Hände geben? Nur noch im Computeruniversum schweben und am rechten Tag und Nacht erleben. Zu Hause allein denkt jeder nur an sich, mit Nachbarn und Familie sich treffen und lachen. Spaß haben und zusammen Feste feiern, davon mehr würde uns hier Freude machen. Ich wünsche mir einen liebevollen Vater, der Zeit für mich hat und nicht aufs Hände schaut. Und eine Mutter, die mir vertraut und mit mir an meiner Zukunft baut. Wir wollen Frieden und uns nicht bekriegen, uns nicht gegenseitig stören und nicht auf die Lügen von anderen hören. Wir wollen Freiheit und entscheiden, wie wir leben, zusammen mit Herz und jedem eine Chance geben. Irgendwann will ich mal heiraten, mit Familie und Haus, das ganze Programm. Einen gut bezahlten Arbeitsplatz, vielleicht in einem anderen Land. Kein Rassismus und Chancen für alle, gute Vibes und Motivation. An ein Leben und Zukunft zu glauben, wünscht sich unsere Generation. Es soll nicht mehr heiß sein, 40 Grad und mehr. Eis und Nebel soll es nur im Winter geben. Im Herbst soll der Wind die Blätter tragen, Samt von dem Neuen nehmen und keine Erd beben. Wir wollen Frieden und uns nicht bekriegen, uns nicht gegenseitig stören und nicht auf die Lügen von anderen hören. Wir wollen Freiheit und entscheiden, wie wir leben, zusammen mit Herz und jedem eine Chance geben. Ein guter Mensch ist ein netter Mensch. Ein guter Mann. Hilf Leuten, die armen sind. Ein guter Mann. Gib niemals auf. Ein guter Mann. Trägt einen Anzug. Ein guter Mann. Gib Frauen die Freiheit. Gute Frauen haben Style, sind perfekt für das Leben. Männer können ohne Frauen nicht leben. Frauen denken mehr nach, bevor sie was sagen. Und wenn sie was sagen, dann meinen sie es auch. Wir wollen Frieden und uns nicht bekriegen. Uns nicht gegenseitig stören und nicht auf die Lügen von anderen hören. Wir wollen Freiheit und entscheiden, wie wir leben, zusammen mit Herz und jedem eine Chance geben. Wir wollen Freiheit und entscheiden, wie wir leben, zusammen mit Herz und jedem eine Chance geben. Wir wollen Freiheit und entscheiden, wie wir leben, zusammen mit Herz und jedem eine Chance geben. Wir wollen gesund mitjenigen, zusammen mit Herz und jedem einig. Wir wollen dich als Ente. Wir wollen gerne fahren. Wir wollen einig.